Liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte nehmen Sie Ihre Plätze ein. Ich würde mit der Sitzung gerne fortfahren. Ich möchte Sie darüber in Kenntnis setzen, dass noch eingegangen und Ihren Plätzen verteilt ist. Ein Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und Bündnis 90 Die Grünen betreffen Fachkräftesicherung in Hessen, setzt auf Aus- und Weiterbildung, spricht weitere Zielgruppen an und öffnet den Arbeitsmarkt für zugewanderte, Drucksache 19 6336. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird dieser Top 99 und kann, wenn dem nicht widersprochen wird, mit Top 69 aufgerufen werden. Dann machen wir das so. Außerdem eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und Bündnis 90 Die Grünen betreffend Förderung der landesweiten Vernetzung der Elternbeiräte von Kitas, durch das die Landesregierung Einrichtung eines Landeselternbeirats für Kindertageseinrichtungen als Ziel abstimmt. Drucksache 19 6337. Wird die Dringlichkeit auch hier bejaht? Ich sehe, das ist der Fall. Dann wird dieser Top 100 und kann, wenn dem nicht widersprochen wird, mit Top 29 aufgerufen werden. Dann machen wir das so. Dann kann ich aufrufen, den Top 69, Antrag der Fraktion der FDP betreffend Hessen ist auf ein Einwanderungsgesetz für eine geänderte Zuwanderungsstrategie angewiesen. Drucksache 19 6289 wird zusammen aufgerufen mit Top 99, dem Dringlichen Entschließungsantrag der Fraktion der CDU und Bündnis 90 Die Grünen betreffend Fachkräftesicherung in Hessen setzt auf Aus- und Weiterbildung, sprich weitere Zielgruppen an und öffnet den Arbeitsmarkt für Zugewanderte. Drucksache 19 6336. Die vereinbarte Redezeit beträgt zehn Minuten. Als erster Redner spricht Kollege Rock von der FDP-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Wir haben das Thema Einwanderungsgesetz auf die Tagesordnung des Hessischen Landtags gesetzt, weil wir Sorge haben. Wir haben Sorge über die Situation am Arbeitsmarkt in Hessen. Wir haben Sorge über die Zukunft der Situation des Arbeitsmarktes in Hessen. Jeder, der mit IHK, mit Unternehmern, Unternehmerverbänden, mit Handwerkern spricht, wird in Hessen immer und überall den Hinweis bekommen, dass es schwierig ist, Fachkräfte gewinnen zu können. Beifall bei der SPD und bei Abgeordneten der SPD und der LINKEN Das gilt für ganz Deutschland, aber insbesondere auch für Hessen. Die IHK hat ihre Mitglieder befragt, und 44 % der Mitglieder haben erklärt, dass sie bei der Frage des Fachkräftemangels Gefahren für das Wachstum und die Substanz ihrer Unternehmen sehen. 35 % der Unternehmen, die IHK hat festgestellt, können ihre Stellen nicht besetzen, die sie ausschreiben. Wenn Sie jetzt wissen, dass der Arbeitsmarkt in Hessen immer noch in einem guten Zustand ist, in den letzten zehn Jahren haben die Arbeitskräfte, die in unserem Land dem Arbeitsmarkt zur Verfügung standen, durch die demografische Entwicklung nur um 100.000 Menschen abgenommen. rund 3,7 Millionen Menschen stehen dem Arbeitsmarkt zur Verfügung in Hessen, und 2030 werden das 400.000 bis 500.000 weniger sein. Das ist eine Zahl und eine Entwicklung, die man sich heute fast gar nicht vorstellen kann. Aber die Statistik lügt nicht. Deshalb müssen wir uns mit Maßnahmen auf den Weg machen, um diese Situation in den Griff zu bekommen. Es gibt ganz genau drei Möglichkeiten, um den Arbeitskräftemangel, der unweigerlich auf uns zukommt. Es gibt drei Möglichkeiten. Ein Thema haben wir schon am Dienstag und auch zum Teil am Mittwoch diskutiert. Das ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist eines der wichtigen Themen. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN 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 Wir kommen heute an anderer Stelle noch einmal dazu. Die weitere Möglichkeit, diesen Arbeitskräftemangel in irgendeiner Weise auffangen zu können, ist die Digitalisierung. Auch die Digitalisierung ist ein wichtiges Thema. Da sehen wir in Hessen, dass wir nicht einmal Mittelmaß in Deutschland sind und dass wir keine wirkliche Strategie haben. Auch hier wäre ein großer Handlungsbedarf. Wir haben in vielen Bereichen dazu Initiativen gestartet und haben in vielen Bereichen schon Hinweise gegeben, was man besser machen könnte. Dann bleibt ein dritter Handlungsrahmen, in dem wir dort eine Möglichkeit sehen, den Arbeitskräftemangel in irgendeiner Art und Weise kompensieren zu können. Hier geht es um das spannende Thema der Zuwanderung in unseren Arbeitsmarkt. Wir sind ausdrücklich der Meinung, dass die ungesteuerte Zuwanderung, die bis jetzt praktiziert worden ist, nicht der richtige Weg ist. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Und dass den Lippenbekenntnissen jetzt auch Taten folgen müssen, weil ein Gesetz ist noch lange keine Infrastruktur, um die Zuwanderung zu organisieren, die wir in unserem Arbeitsmarkt brauchen. Dazu gehört, dass wir Sprachkenntnisse schon im Ausland womöglich verbessern und prüfen können. Dazu gehört, dass wir Integrationshilfen in den Arbeitsmarkt anbieten. Dazu gehört vieles mehr, und das braucht Zeit, die wir nicht mehr haben. Zeit, die seit vielen Jahren in Berlin verschwendet worden ist, obwohl eine große Mehrheit ein Einwanderungsgesetz im Berliner Bundestag beschließen möchte. Wir brauchen ein Zuwanderungsgesetz nach kanadischem Vorbild, zumindest einmal die grobe Ausrichtung mit Punktesystemen, das sich an den Mangelberufen orientiert, das Menschen Chancen gibt, Sicherheit. Wir brauchen auch ein Zuwanderungsgesetz, das den vielen Tausend Menschen, die in der Flüchtlingskrise zu uns gekommen sind, auch die Möglichkeit erhält, Zugang zu unserem Arbeitsmarkt zu finden, einen barrierefreien Zugang und ihnen eine Perspektive in unserem Land aufzeigen kann. Das größte Integrationshindernis ist und bleibt ein unsicherer Bleibestatus und eine unsichere Perspektive. Auch das müssen wir in einem Zuwanderungsgesetz lösen. Dann ist es absolut wichtig, dass auch ein Bundesland wie Hessen eine Initiative ergreift. Dass ein Bundesland wie Hessen sagt, wir sind in besonderer Weise mit unserem Arbeitsmarkt betroffen, wir haben in besonderer Weise Bedarfe. Deshalb sollten wir auch voranschreiten und sollten im Gegensatz zu sonst die Sperrspitze einer Bewegung sein, die ein Einwanderungsgesetz endlich auf den Weg bringt in unserem Land. Was sind die Kriterien, die man benötigt? Was ist das, was sozusagen erreicht werden soll? Es soll erreicht werden, dass wir im Wettbewerb vieler anderer Länder, die um Arbeitskräfte werben, ein gutes Angebot machen, um qualitativ geeigneten Menschen bei uns eine echte Perspektive zu bieten. Dort stehen wir im Wettbewerb. Wir spielen im Wettbewerb vor allem mit Ländern, in denen dieses kleine Integrationshindernis deutsche Sprache nicht vorherrscht, wo englische Sprache nämlich ein großer Vorteil ist. Wir müssen uns besonders anstrengen, um diese guten Leute zu uns zu bringen, die Leute, die motiviert sind, die sich hier einbringen wollen. Wir müssen uns anstrengen, wenn wir sagen, wir wollen attraktiv sein, weil wir ein Problem haben im Vergleich zu anderen Ländern. Das ist unsere Sprache. Darum ist es wichtig, dass wir auch Vorkehrungen treffen, dass wir investieren, dass Menschen, die hierher kommen, auch Deutsch schon als Sprache können. Wir müssen uns ein Modell überlegen, wie Menschen, die zu uns kommen und auch noch keine Ausbildung haben, die bei uns anerkannt ist, aber motiviert sind und zur Sprache können und sich einbringen wollen, auch die müssen eine Perspektive haben, weil wir nicht nur fertige Fachkräfte werden gewinnen können, weil wir als Standort durch unsere Sprache nicht so attraktiv sind. Deshalb müssen wir dort auf die Leute zugehen. Wir müssen ein gutes Angebot machen. Der Appell richtet sich hier stärker an die GRÜNEN als an die Union. Jeder weiß, dass die Union hier die Partei und die Fraktion sind, die dem Einwanderungs- und Zuwanderungsgesetz am meisten und am kritischsten gegenüberstehen. Wir wissen alle über die Bundestagsfraktion, wer denn ein Zuwanderungsgesetz umsetzen möchte. Dazu gehören die SPD, dazu gehören die GRÜNEN und dazu gehören wir, die Freien Demokraten. Darum bin ich auch froh, dass es in Nordrhein-Westfalen den Freien Demokraten gelungen ist, die Landesregierung zu überzeugen, ein solches Gesetz auf den Weg zu bringen. Ich wünsche, Herr Wagner von den GRÜNEN oder wer das auch bei euch verantwortet, dass es euch gelingt, euren Koalitionspartner zu motivieren, auch in Hessen initiativ zu werden. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Das wäre einmal ein Koalitionskrach wert, eine Anstrengung wert, das in Gang zu bringen und hier voranzuschreiten, weil wir in Hessen in besonderer Weise gerade in den MINT-Berufen große Bedarfe haben, die wir nicht mehr decken können, die wir heute schon nicht mehr decken können. Ich sage das noch einmal. 3,7 Millionen Menschen minus 400.000 bis 500.000 Menschen. In den letzten zehn Jahren sind das 100.000 weniger geworden. In den nächsten zehn Jahren werden das 400.000 bis 500.000 weniger. Wir schauen alle ganz gelangweilt. Mich erschreckt das, was das für Auswirkungen hat auf potenzielles Wachstum. Viele Dinge merken wir gar nicht. Unternehmen, die sagen, ich würde noch ein Entwicklungsingenieur einstellen, aber den gibt es eh nicht. Da schreibe ich die Stelle gar nicht mehr aus. Viele Dinge kriegen wir gar nicht mehr hin, die jetzt schon gar nicht mehr sichtbar sind, aber die alles Zukunftschancen in unserem Land kosten. Beifall bei dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und bei Abgeordneten der CDU und der CDU und der GRÜNEN. Darum mein Appell an die Landesregierung, mein Appell an die Fraktionen von CDU und GRÜNEN und vor allem an die GRÜNEN, weil ich weiß, dass wir dort inhaltlich beieinander sind. Nehmen Sie das Thema ernst. Jeder Monat, jedes Jahr, das wir verstreichen lassen, ist in den wenigen Jahren, die wir noch haben, bis die große Demografiewelle zuschlägt, ein wichtiger Monat oder ein wichtiges Jahr. Darum hoffe ich, dass Sie dieses Thema positiv aufnehmen und dass wir dort im Ausschuss zu einem guten Ergebnis kommen und dort für Hessen etwas Gutes auf den Weg bringen können. – Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rock. – Als nächster Redner spricht nun Kollege Benedetto von der SPD-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Es freut mich, dass die Hessen-Fraktion bei einem so wichtigen Thema hartnäckig bleibt und immer wieder ein dringend benötigtes Einwanderungsgesetz für unsere Republik einfordert. – Vielen Dank dafür, auch im Namen meiner Fraktion. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN – Zuruf des Abg. Janine Wissler Mit Ihrem heutigen Antrag treten Sie bei uns offene Türen ein, meine Damen und Herren der FDP. Denn die SPD ist seit Jahren davon überzeugt, dass wir in unserem Land ein solches Gesetz brauchen. Vor gut einem Jahr haben wir im Rahmen einer Aktuellen Stunde letztmalig darüber diskutiert. Die Debatte hat einmal mehr gezeigt, dass sich wie so oft die schwarz-grüne Koalition in vielen wichtigen Fragen nicht einig ist und so offensichtlich bis heute auch in diesem Punkt nicht einig ist. Meine Damen und Herren, diese Uneinigkeit sollte das letzte Mal auch in einem Gegenantrag der Koalition manifestiert werden. Darin steht – ich zitiere – Der Landtag nimmt zur Kenntnis, dass es über Inhalt, Ziel und Zeitpunkt einer weitergehenden Reform des Zuwanderungsrechts unterschiedliche Vorstellungen gibt, unterschiedliche Vorstellungen bei der schwarz-grünen Koalition wohlgemerkt. Das Ganze sollte dann auch noch im Landtag beschlossen werden. Ich finde das absurd, meine Damen und Herren. Jetzt hoffen wir, dass spätestens seitdem der Ministerpräsident in Hessen hier Spargel gestochen hat, die schwarz-grüne Koalition eher bereit ist, aus ihren eigenen Fehlern zu lernen. Der Titel einer dpa-Meldung vom 12. April lautet, Bouffier fordert in der Zuwanderungsdebatte zum Nachdenken auf. Weiter heißt es in dem Artikel, wir könnten keinen einzigen Spargel mehr stechen, wenn wir nicht die Saisonarbeiter aus der Ukraine, aus Polen und aus anderen Ländern hätten. Meine Damen und Herren, Sie alle wissen sehr wohl, dass es in unserem Land nicht nur um die Spargelstecherinnen und Spargelstecher geht. Deshalb fordern wir die Landesregierung auf, nicht nur ihre diesbezügliche Blockadehaltung aufzugeben, sondern auch effektiv und konstruktiv an einem zeitgemäßen Einwanderungsgesetz mitzuarbeiten. Es ist an der Zeit, dass diese Koalition mit Sachverstand und aus Verantwortung für unser ganzes Land, wie Herr Rock das hier eben beschrieben hat, schnellstmöglich ihren Teil in Berlin dazu beiträgt, damit ein solches Gesetz auf den Weg gebracht wird. Warum sage ich mit Sachverstand und aus Verantwortung für unser Land? Sie alle wissen, dass im Koalitionsvertrag vereinbart ist, die Zuwanderung insgesamt effizienter und zeitgemäßer zu organisieren. Damit steht in einem Koalitionsvertrag endlich geschrieben, dass unser Land dringend eine neue rechtliche Grundlage braucht, um Migration und Integration zum Wohle aller sinnvoll und zukunftsweisend zu gestalten. Allerdings habe ich hier meine Zweifel, meine Damen und Herren, wenn ich mir hier den heutigen Dringlichen Antrag anschaue, auf den man hier gerne hätte verzichten können. Aber dazu sage ich später noch etwas. Wenn ich mir die entsprechende Passage im Koalitionsvertrag anschaue, stelle ich fest, dass man sich schon beim Verfassen der besagten Stelle offensichtlich nicht auf den Begriff eines Einwanderungsgesetzes einigen konnte. Stattdessen steht da, ich zitiere aus dem Koalitionsvertrag, deshalb werden wir ein Regelwerk zur Steuerung von Zuwanderung in den Arbeitsmarkt erarbeiten. Meine Damen und Herren, Sie haben es gehört, von einem Regelwerk, nicht von einem, wie ich finde, dringend notwendigen Einwanderungsgesetz. Hier sind der bayerische Wahltermin zweifelsohne und die Eitelkeiten eines aus Bayern stammenden und verbannten Ministerpräsidenten deutlich erkennbar, der nun als Innenminister in Berlin neben den Heimatmuseen auch für dieses wichtige Politikfeld zuständig ist. Das ist mir so geheuer nicht, meine Damen und Herren. Das will ich hier in aller Offenheit sagen. Immer wieder sympathisierte Seehofer mit dem Rechtspopulisten Viktor Orban, immer sehr bewusst medienwirksam inszeniert und seit Neuestem auch als Innenminister unserer Republik und damit sicher nicht nur zur Freude seiner Kabinettschefin und Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ich finde das beschämend und unerträglich, meine Damen und Herren, auch deshalb, weil Herr Orban es mit der Freiheit der Bürgerinnen und Bürger offensichtlich nicht so genau nimmt. Da gäbe es in Europa, weil ich andere Vorbilder führen sehe, meine Damen und Herren. Deshalb fordere ich die Landesregierung auf, dass sie in Berlin im Namen unseres Landes Hessen mit dafür sorgen, dass bei der Erarbeitung des dringend benötigten Einwanderungsgesetzes Vernunft und Sachverstand walten und nicht obskure und rückwärtsgewandte Haltungen, die nichts mit unseren demokratischen und freiheitlichen Errungenschaften zu tun haben. Unser Land, meine Damen und Herren, wird in den kommenden Jahrzehnten massiv von dem demografischen Wandel betroffen sein, was die deutsche Wirtschaft, die Sozial-, Gesundheits- und Rentensysteme vor enorme Herausforderungen stellt. Einwanderung allein aus der Europäischen Union wird nicht ausreichen. In den nächsten Jahren verliert Deutschland über 6 Millionen Erwerbstätige. Selbst eine systematische Qualifizierung und Ausschöpfung des in Deutschland verfügbaren Potenzials an Erwerbspersonen werden nicht ausreichen, um die enormen Lücken zu füllen. Deutschland ist daher dringend auf eine Einwanderung qualifizierter Fachkräfte auch aus Drittstaaten angewiesen. Das fordern seit Jahren schon auch die Arbeitgeberverbände. Unser Land braucht klare und für alle Seiten transparente Regelungen, die für inländliche Arbeitnehmer genauso wie für potenzielle Arbeitskräfte aus dem Ausland leicht verständlich und anwendbar sind und die Notwendigkeit von Zuwanderung innerhalb der Bevölkerung auch nachvollziehbar machen. Lassen Sie mich auch auf einen Aspekt kommen, der meines Erachtens auch in diesem Zusammenhang zu erwähnen bzw. zu stellen ist. Der sogenannte neue Aufstieg des Rechtspopulismus und der damit einhängende Anstieg rassistischer Gewalt in Deutschland erfordern auch ein klares Bekenntnis zu unserer Einwanderungsgesellschaft, die wir schon seit Jahrzehnten bei uns tagtäglich praktizieren. Wir stehen hinter den Menschen, die unser Land mit aufgebaut haben und unsere Gesellschaft seit Jahrzehnten bereichern. Wir stehen für ein offenes, tolerantes Deutschland, ein Deutschland, das sich nicht abschottet, sondern Einwanderung in kontrollierter und für alle nachvollziehbarer Weise erlaubt. Nicht nur dafür brauchen wir ein modernes Einwanderungsgesetz, sondern auch, um klar zwischen Arbeitsmigration, Asyl und Zuwanderung aus anderen, z. B. humanitären Gründen zu trennen, und zwar scharf zu trennen. Die gegenwärtigen gültigen Regelungen im Bereich des legalen Zugangs von Ausländern zum deutschen Arbeitsmarkt gleichen einem Chaos, und sie bringen den gewünschten Erfolg eben nicht. Sonst müssten wir uns nicht schon heute damit herumschlagen, dass letztendlich Hunderttausende von Fach- und Arbeitskräften in unserem Land fehlen. Ein Anwanderungsgesetz im Sinne meiner Partei, meine Damen und Herren, das möchte ich hier abschließend in aller Deutlichkeit festhalten, berührt den gesamten Asylbereich in keiner Weise. Die Aufnahme von Geflüchteten bleibt weiterhin kategorisch eine humanitäre Verpflichtung. Das möchte ich hier noch einmal deutlich unterstrichen haben. Last but not least, meine Damen und Herren, die SPD hat am 21. November, wie ich finde, einen hervorragenden Entwurf eines Einwanderungsgesetzes im Bundestag eingebracht. Er liegt nun seit November dem Innenausschuss vor. Ich fordere die schwarz-grüne Landesregierung auf, konstruktiv und ohne Scheuklappen mitzuarbeiten in Berlin, damit unser Land schnellstmöglich ein modernes Einwanderungsgesetz bekommt und diesen Namen tatsächlich auch verdient. Meine Damen und Herren, ich empfinde es immer wieder als unverschämt, wenn während der eigentlichen Debatte hier die Dringlichen Entschließungsanträge der Koalition eingehen. Man hat nicht einmal die Zeit, um sich das anzuschauen. Das ist nicht gerade kollegial, wenn wir hier schon von Kollegialität sprechen. Ich muss leider beim Überfliegen dieses Antrags hinzufügen, dass er in der Sache auch noch überflüssig ist, weil Sie in diesem Antrag in der Tat überhaupt nichts Neues hineingeschrieben haben und überhaupt nicht deutlich gemacht haben, dass Sie als Koalition für unser Land Hessen in Berlin mit einer Stimme reden, was das betrifft. Das können wir so nicht stehen lassen. Deshalb fordern wir Sie auf, in Berlin konstruktiv für ein Einwanderungsgesetz einzutreten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und auch für Ihr Lächeln, gerade an der Seite der GRÜNEN Kollegen. Vielen Dank. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Vielen Dank, Herr Kollege Benedetto. – Als nächste Rednerin spricht nun Frau Kollegin Böschle-Scholz von der CDU-Fraktion. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Zuwanderung ist ein wichtiges Thema, aber auch die Sicherung der Fachkräfte. Wo bringt uns nun der Antrag der FDP hier weiter? Zu Ihrem Punkt 1. Die Feststellung, dass in den kommenden Jahren ein Fachkräftemangel bestehen wird, wird von kaum jemandem bestritten. Von kaum jemandem wird auch bestritten, dass eine der Lösungsmöglichkeiten die geregelte Zuwanderung von Fachkräften ist. Insofern liegt in dem Antrag der FDP hier kein neuer Erkenntniswert. Auch die Forderung nach einem Gesetz zur Regelung der Fachkräftesicherung ist nicht neu. Ich zitiere aus dem Koalitionsvertrag der jetzigen Bundesregierung. Hier heißt es, deshalb werden wir, also die die Bundesrepublik tragenden Parteien, ein Regelwerk zur Steuerung von Zuwanderung in den Arbeitsmarkt und das damit verbundene Recht des Aufenthalts und Rückkehr in einem Gesetzeswerk erarbeiten, das sich am Bedarf unserer Volkswirtschaft orientiert. Weiter heißt es auch, maßgeblich zu berücksichtigen für den Zugang nach Deutschland sind der Bedarf unserer Volkswirtschaft, Qualifikation, Alter, Sprache sowie der Nachweis eines konkreten Arbeitsplatzes und die Sicherung des Lebensunterhalts. Somit ist das, was Sie fordern, schon längst zur Grundlage des Regierungshandelns auf Bundesebene geworden. Ein Zuwanderungsgesetz wird es geben. Eine Aufforderung vonseiten der hessischen FDP hätte es dazu nicht unbedingt bedarf. Auch zu Ihrem Punkt 4. Ebenso selbstverständlich ist es, dass bei einem neuen Gesetz auf Bundesebene, bei dessen Erarbeitung die Bundesländer und die Kommunen beteiligt werden. Vielmehr werden sogar darüber hinaus noch viele weitere mehr oder weniger Betroffene mit einbezogen. Ich meine hier nur die Gewerkschaften, die Arbeitgeber oder die Bundesagentur für Arbeit. Jetzt will ich Ihnen einmal die Sorgen nehmen. Denn bevor man ein Zuwanderungsgesetz fordert, sollte man auch einmal ein Augenmerk darauf legen, was bereits geleistet wird. Denn wie sieht es in Hessen in Bezug auf die Beschäftigung und die Zuwanderung aus? In Hessen haben wir eine historisch niedrige Arbeitslosenquote von 4,8 %. Das heißt im Umkehrschluss, dass in Hessen 95 % der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in sozialpflichtigen Beschäftigungen sind. Damit liegt Hessen auf Platz 4 der Bundesländer. In keinem Bundesland ist das Bruttoinlandprodukt der Erwerbstätigen so hoch wie bei uns. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Aber wenn wir schon bei der Frage des Fachkräftemangels sind, und das auf Landesebene, möchte ich positiv hervorheben, dass gerade diese Landesregierung sich schon seit Jahren mit dem Problem auseinandersetzt. Dies nicht nur auf theoretischer Basis, sondern durch praktisches Handeln. Wobei, das sollte auch betont sein, die Fachkräftesicherung originär eine Aufgabe der Wirtschaft ist. Lassen Sie mich also einige Beispiele für das Handeln der Landesregierung nennen. In Hessen soll kein ausbildungswilliger Jugendlicher ohne Ausbildungsplatz bleiben. Hier investieren wir in 2018 rund 4 Millionen € in ein Hauptschulprogramm zur Unterstützung schwer in den Arbeitsmarkt zu vermittelnder Schüler, sowie in die Ausbildungsförderung direkt. Mit der Initiative Pro Abschluss unterstützt die Landesregierung Beschäftigte dabei, nachträglich einen Abschluss zu erwerben. Insbesondere die Integration von Flüchtlingen steht hier in unserem Fokus, nämlich in dem Programm Wirtschaft integriert. Hier haben wir im vergangenen Jahr allein 200 Flüchtlinge integrieren können. Hier haben 200 Flüchtlinge mit einer Ausbildung begonnen. Das ist ein toller Erfolg für diesen hessischen Förderweg. Hier steht Hessen einzigartig im Ländervergleich dar. Im Bereich Arbeitsmarkt legt die Landesregierung ihren Schwerpunkt darauf, den Arbeitsmarkt für jeden zu öffnen und gleichzeitig Fachkräfte zu sichern. Ein wichtiger Partner ist dabei die Regionaldirektion Hessen, der Bundesagentur für Arbeit. So ist ein Baustein der hessischen Arbeitsmarktstrategie, das Förderprogramm Kompetenzen entwickeln, Perspektiven ermöglichen. Ein Baustein ebenfalls, das im Mai 2014 vom Land Hessen in Kooperation mit dem Landeswohlfahrtsverband gestartete Perspektive Programme zur Verbesserung der Arbeitsmarktzahlen schwerbehinderter Menschen. Vor dem Hintergrund der Flüchtlingssituation – darauf zielt Ihr Antrag ja – ist für die Landesregierung die Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt von großer Bedeutung, um einerseits dem Fachkräftemangel entgegenzutreten und andererseits den erwachsenen Menschen ab 18 Jahren, die in unserem Land eine gute Bleibeperspektive haben, einen Übergang in Arbeit und Ausbildung zu geben, haben wir die berufsspezifische Sprach- und Arbeitsmarktförderung für Flüchtlinge innerhalb des Ausbildungs- und Qualifizierungsbudgets – jetzt hören Sie genau zu – um 10,5 Millionen € aufgestockt. Es ging um Fachkräfteanwerbung aus dem Ausland. Hier hat Hessen mit der Region Madrid eine Kooperation. Ich verweise auf die Welcome Center. Meine Damen und Herren, alles Maßnahmen, die die Hessische Landesregierung mit ihren Gestaltungspartnern gemeinsam im Gesamtkonzept der Fachkräftesicherung Hessen vereinbart und umsetzt. Mit der Stabstelle Fachkräftesicherung steht hier ein zentraler Arbeits- und Ansprechpartner für alle arbeitsmarktpolitischen Akteure zur Unterstützung zur Verfügung. Auch hier ist Hessen Vorreiter. Sie können also nicht behaupten, wir würden uns davon eine Fachkräftesicherung nicht annehmen. Werte Kollegen der FDP, Sie haben NRW angesprochen. Ich hatte bei der Vorbereitung das Gefühl, dass es Ihnen lediglich darum geht, Ihren Kollegen aus Nordrhein-Westfalen nicht nachstehen zu wollen. Hier hat vor einigen Tagen der Generalsekretär der NRW-FDP, Johannes Vogel, angekündigt, dass die Landesregierung ein Gesetz und mit dem von Ihnen skizzierten Inhalt als Bundesratsvorlage einbringen will. Aber ich bin der Meinung, um so etwas mitzahlen zu wollen, bedarf es nicht unbedingt einer Parlamentsvorlage. Eine schlichte Pressemitteilung hätte auch ausgereicht. Wir nehmen das Thema ernst. Wir nehmen die Zuwanderung und ein Zuwanderungsgesetz ernst. Hier verweise ich noch einmal auf die Bundesvorlage. Der Antrag der FDP-Fraktion beinhaltet durchaus Richtiges. Allerdings greift er doch an wichtigen Punkten zu kurz. Aufgrund dieses Mangels haben sich die Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN dazu entschlossen, einen Antrag vorzulegen, der die wichtigen und von Ihnen nicht behandelten Punkte anspricht, wie Sie hoffentlich zur Kenntnis nehmen und in der Diskussion einfließen lassen. – Vielen Dank. Danke sehr. – Für die Fraktion DIE LINKE hat sich Frau Faulhaber zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist erst ein Jahr her. Die FDP hat schon einmal eine Aktuelle Stunde auf die Tagesordnung gesetzt. Heute diskutieren wir also erneut über den Einwanderungsgesetz. Als ich das gelesen habe, sah ich, dass ein Punktesystem nach kanadischem Vorbild immer noch sehr zu begeistern scheint. Ich habe mich gefragt, woran das liegt. Ich denke, dass ein System mit Punkten das Bild einer berechenbaren und gut kontrollierbaren Zuwanderung entstehen lässt. Dieses in der öffentlichen Diskussion sehr verklärte Modell suggeriert, dass sich die Bedürfnisse der deutschen Wirtschaft passgenau abbilden ließen. Zugleich soll anhand dieser Wunschliste eine punktgenaue Auslese unter einwanderungswilligen Migrantinnen und Migranten möglich sein. Meine Damen und Herren, dieses Modell funktioniert in dieser idealisierten Form noch nicht einmal in Kanada. Das Punktemodell wird dort inzwischen sehr kritisch gesehen, denn es geht mit einigen Nachteilen einher. Das Punktesystem hinkt dem Arbeitsmarkt hinterher, wodurch am Arbeitsmarkt eine Diskrepanz zwischen angeworbenen Arbeitskräften und dem tatsächlichen Fachkräftebedarf entsteht. Viele hochqualifizierte Einwanderer müssen, wenn sie trotzdem im Land bleiben wollen, eine Arbeit annehmen, die ihrer Qualifikation bei Weitem nicht entspricht. Nicht wenige Eingewanderte fahren Taxi in Kanada. Für diese Verschwendung von Qualifikationen hat sich dort sogar bereits der Begriff Brainwaste, also Gehirnabfall, entwickelt. Meine Damen und Herren, wir LINKE lehnen die dem Punktesystem zugrunde liegenden Vorstellungen aber auch aus grundsätzlichen Überlegungen ab. Wir sind gegen eine solche selektive Migrationspolitik, weil sie die Rechte danach vergibt, ob Menschen nach kapitalistischen Verwertungskriterien nützlich oder unnütz sind. Maßstab für uns sind die individuellen Menschenrechte. Die Grenzen müssen für alle Menschen durchlässig sein, nicht nur für besonders Wohlhabende, Gebildete oder Hochqualifizierte. Meine Damen und Herren, die Forderung nach einem Einwanderungsgesetz suggeriert, dass es keine rechtlichen Regelungen im Bereich der Migration gäbe. Aber ein Mangel an Gesetzen und Verordnungen in diesem Bereich besteht in keiner Weise. Vielleicht wäre das der einzige Vorteil eines Einwanderungsgesetzes, dass es einmal geordnet würde. Dennoch hätte es viele Nachteile. Gerade für Akademiker und Hochqualifizierte gilt das deutsche Aufenthaltsrecht im europäischen Vergleich sogar als besonders einwanderungsfreundlich. Dass jetzt trotzdem so wenige kommen, das hat auch damit zu tun, dass sich das Zuwanderungssystem weiterhin als Anwerbestopp mit Ausnahmen präsentiert. Das kritisiert die OECD, also die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, in einer Studie. Deutsch als dominante Arbeitssprache, eine nur rudimentär vorhandene Willkommenskultur und die mangelnde Anerkennung ausländischer Abschlüsse, um nur einige Gründe zu nennen, machen es vielen Fachkräften nicht einfach, sich für Deutschland zu entscheiden. Diese Gründe, meine Damen und Herren, wären nicht beseitigt, wenn ein Punktesystem kommen würde. Das lässt sich mit dem Einwanderungsgesetz auch nicht so einfach beseitigen. Da muss schon ein Kräfteverhältnis da sein, das diesen Tendenzen entgegenwirkt. Heute schon geht fast jeder vierte Migrant in Deutschland, jede vierte Migrantin, nach Angaben der OECD einem Beruf nach, für den sie oder er überqualifiziert. Im Übrigen möchte ich noch auf einen Aspekt hinweisen. Der frei verfügbare Fachkräftepool, den sich die FDP und die Interessenverbände aus der Wirtschaft durch das Punktesystem erhorfen, existiert bereits. Über 500 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zählt der deutsche Arbeitsmarkt. In der Europäischen Union gibt es Freizügigkeit. Diese Menschen haben freien Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt, und müssen weder Punkte sammeln noch brauchen sie einen Aufenthaltstitel. Die regierenden Parteien befürworten die Nutzung dieses Reservoirs. Es werden massenhaft Pflegekräfte aus osteuropäischen Ländern abgeworben. Die arbeiten hier als Billiglohnkräfte in einem Mangelberuf. Der Arbeitsmarkt der Herkunftsländer wird ausgetrocknet. Frau Faulhaber, lassen Sie eine Zwischenfrage vom Abgeordneten Roth zu? Nein, das machen wir anschließend. Ich bin gleich fertig. Das kann doch nicht deutsche Arbeitsmarktpolitik sein, meine Damen und Herren. Regierungen der Balkanländer sprechen immer wieder an, wie sehr diese Politik ihren Ländern schadet. Ich denke, wenn die deutsche Wirtschaft trotzdem Probleme hat, ihren Fachkräftemangel zu decken, dann ist es dringend Zeit, darüber nachzudenken, welche anderen Gründe es dafür ursächlich geben könnte. Ein gutes, altbewährtes Mittel gegen Fachkräftemangel in der deutschen Wirtschaft ist die Ausbildung. Die Wirtschaft und vor allem die großen Betriebe müssen einfach wieder ausbilden, dann haben sie auch keinen Fachkräftemangel. Der Wunsch nach einer irgendwie gearteten Fachkräftezuwanderung, meine Damen und Herren, verträgt sich kaum mit einer Staatsräson, die Einwanderung am liebsten verhindern möchte, die auf Begriffe wie Heimat setzt und zugleich eine unmenschliche Abschiebepolitik betreibt. Wer Zuwanderung möchte, muss sich positiv gegenüber Einwanderung positionieren, der muss Einwanderung als Chance sehen und nicht als Gefahr, die es zu steuern gilt, zu kontrollieren und abzuwehren. Ich danke Ihnen.